Ja Leute, und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu meinem neuen Projekt, und zwar zu Let's Play Dark. Ja, das muss man natürlich so schön benennen hier, wenn es schon so mal wirklich ein finsterer Titel ist. Ja, mein Name ist Projekt Dark. Was kann man so zu diesem schönen Spiel sagen? Es ist von dem Publisher, ähm, nicht Fokus, Kalypso, Entschuldigung, ich verwechsel die beiden mal, Kalypso, die unter anderem auch Tropico rausgebracht haben, und von einem Münchner Entwicklungsstudio, und zwar Realmforge. Und ihr wisst ja, ich ist der wahre, echte Münchner, bin da natürlich allein schon deswegen schon mal Fan. Und nicht nur das, die haben einige echt nette Spiele gemacht. Also, ähm, zum Beispiel das Remake vom Dungeonlord haben sie gemacht, und eines meiner Lieblingsspiele ist Seville. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man das ausspricht, aber zumindest dieses Adventure. Super, super lustiges Spiel. Ich glaube, in diesem Spiel werden wir aber jetzt nicht lustig sein. Denn wir sind Dark, wir sind ein Vampir. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Vampir. Und das Spiel ist ein Stealth-Spiel, wo wir eben unsere Vampirkräfte einsetzen müssen, um uns fortzubewegen. Ja, da können wir nicht einfach so Rambo-haft durchlaufen. So, wir stellen auch nicht auf schwer, niemals, nie, niemals. Das ist nichts für mich, sondern lieber auf Nomad. Ich glaube, das passt. So, ähm, ich weiß von diesem Spiel wirklich gar nichts. Ich habe noch nicht mal reingeschaut. Ihr seht, ich kann noch nicht mal auf Weiterspielen drücken. Ich finde es übrigens ein bisschen merkwürdig. Die, es sehen so aus, die Dinger sehen so aus, als könnte man nicht draufdrücken. Und die grauen Dinger sehen so aus, als würde man auf die draufdrücken können. Aber es ist andersrum. Naja, egal. Versteht ihr keiner? So, wir sind hier, wo sind wir hier? Bei den Girls. Oh, Girls All Night. Oh, das klingt schon mal sehr gut. Naja, zumindestens die, ähm, ich habe es jetzt nur wirklich nur 10 Minuten von diesem Gameplay irgendwo mal bei Gamesport gesehen. Und es sah sehr, sehr tricky aus. Aber ich hoffe, wir werden es schaffen. Denn wir sind super. Wir sind die Besten. So, und da wir die Besten sind. Und bevor ich hier noch weiter rumschwale und anschaue, wie cool eigentlich die Wand hier saut. Ein bisschen Comic-Look hier. Gefällt mir. Äh, würde ich sagen. Schon wieder komplett abgelenkt vom Thema. Starten wir jetzt mit einer neuen Kamalia. Ich habe doch nicht mal das Spiel angefangen. Aber warum sagt es mir das? Aber egal. Und starten jetzt mit einem neuen Spiel. Viel Spaß mit dem Intro. Alles begann in Dunkelheit. Eine Welt voll Schmerz empfing mich. Ein Pochen dröhnte in meinem Kopf. Es war, als hämmerte etwas gegen meine Schläfen. Plötzlich kam ein weißes Licht auf mich zu. Ich erkannte in dem Licht einen Menschen. Ein Engel. Die Lichtgestalt strahlte etwas Beruhigendes aus. Eric. Der Engel sprach zu mir. Eric, es ist so. Der Engel verschwand und das Hämmern wurde drängender. Schneller. Langsam konnte ich darin etwas erkennen. Einen Rhythmus. Und verschiedene Töne, die sich zu einem Musikstück arrangierten. Die Dunkelheit klarte auf und wich verschwommene Umgebung. Ich konzentrierte mich darauf und gewann meine Orientierung zurück. Um mich herum waren Menschen. Zuckende Leiber, die sich zum Rhythmus der Musik bewegten. Mir war übel. Aber immerhin konnte ich mich wieder bewegen. Ich musste mir etwas Wasser über den Kopf laufen lassen. Das würde mir gut tun. So, der Marke zeigt dir an, wohin du gehen musst. Okay, da sind Toiletten. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Toiletten. So, Kamera drehen. Kämpfer, kämpfer, kämpfer. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Die Übelkeit wurde immer stärker. Mit letzter Kraft schleppte ich mich weiter. Ja, Eric hat hier wohl am vorigen Tag ein bisschen zu sehr gefeiert, oder? So scheint es. So, da knutschen welche. Nicht knutschen. Knutsch bei der Zone hier. Weg da. Ey, hier sind immer so coole Sachen an die Wand gemalt. Sind voll schön aus. Auch nur Graffiti, die eigentlich nicht so das war das. Naja, so. Gehen wir da hin. Da kann man auch reinkommen. Ist halt für Frauen, ist doch wurscht. So, äh. Hä? Hä? Achso. Mich überfordert schon die Kamera richtig zu drehen. So, bevor unser Eric jetzt umkippt, glaube ich, gehen wir doch lieber in die Männetoilette und holen uns ein wenig Wasser hier. Eric, deine Aufgabe wartet. Eric, Eric Bane. Wie eine Kugel schoss der Name durch meinen Kopf. Es war mein Name. Weitere Erinnerungen an mich hatte ich nicht. Die Dunkelheit in meinem Kopf verschleierte alles. Der Engel war verschwunden. Ebenso wie die Schmerzen. Es war an der Zeit herauszufinden, wer ich war. Oder was ich hier tat. Die Chance war groß, dass mich der Türsteher hatte reinkommen sehen. Vielleicht konnte er ein wenig nicht in Stonkel bringen. Wir brauchen keine Zuschauer. Was? Ich will doch gar nichts von euch. Naja. So. Gut. Wir sind Eric Bane. Und ich weiß nicht, warum er ein Engel mit uns spricht. Ist das das Zeichen irgendwie... ...dass wir bald sterben werden oder so? Keine Ahnung. Also bis jetzt weiß ich genauso wenig wie ihr. So. Ähm. Hier ist Party. Aber ich würde sagen, wir gehen noch nicht zur Party. Oder... Oh, die Maus-Sensibilität ist ein bisschen sehr hoch. So. Reden. Cool. Ist was? Super. Ich dachte, er sagt jetzt irgendwas Tolles. Super. Ist was. Wow. So. Türsteher? Hast du was zu sagen? Ja. Was willst du? Ich wollte fragen. Mehr kam mir nicht über die Lippen. Der Anblick seiner Waffe weckte eine Art Erinnerung. Hey, hey Mann. Alles in Ordnung? Ja, ja. Schon gut. Mir geht's blendend. Bin ich alleine in den Club gekommen oder war jemand bei mir? Keine Ahnung. Meine Schicht hat gerade erst begonnen. Mein Boss stand vorher an der Tür. Wo kann ich den finden? Er wird sich sicher irgendwo hinten rumtreiben. Frag an der Bahn nach Tom. Dieser Erinnerungsfetzen hatte sich verdammt echt angefühlt. Auch wenn ich ihn nicht ganz verstand. Was sollte ich daraus machen? Ich machte mich auf den Weg zurück in den Club, um mich mit dem Sicherheitschef zu treffen. Vielleicht würde er mir weiterhelfen können. Hübsches Teil. Aha. Zwei Frauen, die im Blut baden. Was gibt's Schöneres? Äh, ich muss kurz mal in die Einstellung und die Maussensivität runter tun. Die ist ja... Super. Kann man die nicht? Hä? Oh, willst du mir sagen, dass man das nicht ändern kann? Die ist ja so grässlich stark. Ah, super. Sehr schön. Und speichern. Oh mein Gott. Nein, es gibt eine begrenzte Anzahl von Speicherungen. Oh mein Gott. Das wird grässlich, Leute. Tanzen. Ah, cool. Wir können tanzen. Yeah. Also, wie gesagt. Das Einzige, was ich wirklich über dieses Spiel weiß, ist, dass es ein Stealth-Spiel ist und dass es Vampire gibt. Also, das letzte Mal haben wir in dieser Cutscene gesehen. Sonst kann ich euch auch nichts über das Spiel sagen. Außer, dass Eric irgendwie nicht tanzen kann. Das sieht bei ihm irgendwie aus, als würde er... Keine Ahnung. Naja. Die tanzt besser, oder? Im Käfig da oben. Ach, im Käfig tanzen das da, oder? Da tanzt es sich ja natürlich auch viel besser. So, in was für einer Gruft sind wir eigentlich gelandet? Ganz ehrlich. So. Wo ist der Boss? Boss, Boss? Boss? Boss Simon. Bist du ja, Bossi? Hi. Ich nehme ein... Er nimmt eine Bloody Mary. Nach Art des Hauses. Wer sagt, dass ich eine Bloody Mary haben wollte? Glaub mir. Ich weiß sehr genau, was du willst. Weißt du, wo ich Tom finde? Tom? Ja. Zufälligerweise weiß ich, wo Tom ist. Du findest ihn, wenn du die Treppe nach oben nimmst. Viel Glück. Okay. Bis später. Ja. Bis später. Das Zeug schmeckte widerlich. Und es hatte einen merkwürdigen Beigeschmack. Allerdings war mein Körper anderer Ansicht. Und eine wohlige Wärme breitete sich in mir aus. Eine Bloody Mary. Hm. Ich schätze mal, da ist irgendwas, was sich Blut nennt. Ja, und ähm... Was mich gerade wundert, warum redet ihr nicht weiter mit der Frau da? Hallo, ganz ehrlich. Solltet ihr doch mal merken, dass die Frau hier irgendwie... Hallo. Hast du was zu sagen? Naja, super. Nicht. Dass die Frau irgendwas über ihn weiß. Ich würde halt erstmal die Frau auspatschen. Aber naja. Naja. So, wo ist jetzt der Boss? Hey Mann, alles klar? Kennen wir uns? Nicht direkt, Mann, aber kennen wir uns nicht alle irgendwie? Ich meine, wir sind ja quasi eine große Familie. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Scheiße, Mann. Du hast echt keine Ahnung, oder? Mein Gedächtnis ist im Moment etwas vernebelt. Hahaha. Klar, Mann. Ich weiß genau, was du meinst. Hey, wir können dir helfen. Das heißt, ich kenne jemanden, der es kann. Folge mir, Mann. Dann bringe ich dich zu ihr. Sie wird dir sicher helfen. Ihr Name ist Rose. Und sie weiß mehr darüber, als der Rest von uns. Okay. Hört sich einmal ganz spannend an. Ich werde für uns jetzt einfach zu der gleichen Frau, die uns schon gesagt hat, dass wir ein Bloody Mary trinken sollen. Ich wette das. So. Lauf mal ein bisschen schneller. Hallo. Ich kann nicht langsamer laufen. Hey Mann, du hast echt Glück, dass du mich getroffen hast. Es gibt da draußen welche von uns, die sind echt scheiße drauf. Die hätten dir bestimmt den Kopf abgerissen oder sowas. Aber macht dir keine Sorgen, wir sind gleich da. Rose gehört übrigens, der Club. Ich wette, sie reißt uns den Kopf ab. Ey, schaut euch das Laufen an. Irgendwie sieht das voll cool aus, wenn man so ganz rapide die Richtung wechselt. Hahaha. Okay. Rose. Rosie, Rosie. Ach komm, geht doch mal ein bisschen schneller. So. Hopp, hopp. Ah, ich wette, dann müssen wir da hoch, oder? Bitte gehen Sie. Sie haben hier keinen Zutritt. Ah. Ich werde mir ein bisschen jetzt da hin. Ja, komm, ich bin doch da. So. Jetzt gehen wir da hoch. Das wette ich. Übrigens, der ganze Grafiklook erinnert mich ein bisschen sehr an ein anderes Spiel, wo Dark Knight steht, nämlich The Darkness 2. Hat einen sehr ähnlichen Comic-Lock und sieht beides sehr gut aus. Also das Spiel gefällt mir grafisch eigentlich schon ganz gut. Also der Look von The Darkness hat mir auch super gut gefallen. Auch wenn die Grafik jetzt nicht so die beste war. wenn es um Texturen und sowas geht. Hallo, Tom. Ich sehe, du bringst einen Gast mit. Schön, dich wiederzusehen. War der Drink in Ordnung? Hey, Rose. Der Typ hier hat keine Ahnung, was Sache ist. Er kann sich an nichts erinnern. Und er ist ganz alleine hier? Sieht ganz so aus. Hey, ich bin noch hier. Könntet ihr mir mal erklären, was hier los ist? Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Du bist ein... Vampir. Ein Vampir wie Tom und ich auch. Na klar. Danke für den Drink und nichts für Ungut. Aber ich gehe dann mal... Tom, zeig es ihm. Hey, netter Trick, Mann. Du hast aus Reflex auf deine Vampirfähigkeiten zurückgegriffen. Nicht schlecht. Du scheinst ein Naturtalent zu sein. Danke, Tom. Ich kümmere mich jetzt um unseren Gast. Du kannst wieder gehen. Alles klar. Bis später, Mann. Also? Mein Name ist Eric. Eric Bain. Gut, Eric. Ich bin Rose. Ich hoffe, unsere kleine Demonstration hat dich überzeugt. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist richtig. Im Moment hast du auch ein deutlich größeres Problem, um das du dich kümmern musst. Du bist noch kein vollwertiger Vampir und das hat einige Tücken. Erzähl mir mehr über die Vampire. Was würdest du denn gerne wissen? Erzähl mir etwas über dich. Über mich? Nun, ich bin seit knapp zehn Jahren kein normaler Mensch mehr. Mir gehört dieser Club und ich kümmere mich um die jungen Vampire. Wie beispielsweise dich. Aber ich will jetzt nicht wirklich über mich reden. Vielleicht ein anderes Mal. Kannst du mir etwas über die Vampire im Sanctuary erzählen? Ja, ich könnte dir etwas über sie erzählen. Aber das wäre irgendwie unpassend, oder? Am besten sprichst du selbst mit ihnen. Tom hast du ja bereits getroffen. Er ist mein Sicherheitschef. Außerdem arbeiten noch die Kruger-Zwillinge im Club. April steht hinter der Bar. Ich nehme an, du erinnerst dich noch an sie. June legt die Musik auf. Wenn du etwas über sie erfahren willst, empfehle ich dir, mit ihnen direkt zu reden. Wieso weiß niemand, dass es Vampire gibt? Weil wir es tunlichst vermeiden, aufzufallen. Glaubst du, die Menschen dort draußen würden sich freuen, wenn sie wüssten, dass wir unter ihnen leben? Wir können uns nicht mit synthetischem oder tierischem Blut zufriedengeben. Glaub mir, ich hab's versucht. Nein, wir brauchen richtiges Blut. Und wir brauchen es von einem lebenden Menschen. Wir sind mächtig, Eric. Du bist mächtig. Aber wir sind nicht unverwundbar. Kugeln können uns schaden. Sogar töten. Und wir sind nicht nur wenige, sondern haben auch unter uns genügend Differenzen. Deshalb nutzen wir unsere Macht und unseren Einfluss, um die Menschen im Unklaren zu halten. Einige Vampire da draußen verfügen über Wirtschaftsimperien und beherrschen die Medien. Sie sorgen dafür, dass unsere Existenz geheim bleibt. Lass uns über etwas anderes reden. Gerne. Warum bin ich noch kein vollwertiger Vampir? Wenn ein Vampir dein Blut trinkt und dich dadurch tötet, wirst du selbst zum Vampir. Allerdings ist die Umwandlung dadurch noch nicht abgeschlossen. Zuerst musst du noch das Blut deines Erschaffers trinken. Erst dann bist du ein vollwertiger Vampir. Und da ich nicht weiß, wer mich zum Vampir gemacht hat, ist das ein Problem. Ganz genau. Ein Vampir erschafft nicht einfach so einen anderen Vampir. Wir versuchen unsere Existenz vor den Menschen zu verschleiern. Und jeder weitere Vampir erhöht das Risiko, dass wir entdeckt werden. Dein Erschaffer hat uns alle gefährdet, als er dich einfach zurückließ. Kein Vampir würde freiwillig den Zorn aller anderen auf sich laden. Ich nehme an, dass ihm etwas zugestoßen ist. Und was passiert, wenn ich nicht sein Blut trinke? Das möchtest du nicht wirklich wissen. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert, wenn jemand zum Vampir wird. Aber solange du nicht das passende Blut bekommst, fängt dein Gehirn an langsam auszusetzen. Du wirst mehr und mehr zu einem Tier, bis du schließlich alles Menschliche abgelegt hast. Wir nennen solche erbarmungswürdigen Kreaturen dann Ghule. Glaub mir, du möchtest unbedingt vermeiden, zu so einer Kreatur zu werden. Hab ich denn irgendeine Wahl? Ja, das Blut eines alten und mächtigen Vampirs kann theoretisch das Blut deines Erschaffers ersetzen. Aber ich rede hier von Vampiren, die schon mehrere Jahrzehnte im Geschäft sind. So einen wirst du im Sanctuary nicht finden. Ich kenne aber jemanden. Sein Name ist John Blooming. Er ist der Direktor des Harding Museums in der Stadt. Blooming ist aber kein netter Zeitgenosse. Er wird dir sein Blut kaum freiwillig geben. Es ist nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Das ist allerdings richtig. Zuvor solltest du aber noch mit Tom reden und dir ein paar Tipps geben lassen. Okay, dann hat unsere Vampir-Karriere somit also begonnen. So, dann heißt es endlich mal Leute beißen. Ich will jetzt erstmal jemanden beißen. Kann ich die beißen? Okay, dann kann ich die nicht beißen. Komm, ich will jetzt beißen oder fliegen oder dieses coole Warp-Ding machen, was er gerade gemacht hat. Aber das geht ja erstmal nicht. Oder kann ich nicht einfach diesen Blut einmal da austrinken? Geht's mir dann vielleicht besser? Ey, das ist ja schon wieder alle Scheiße, ganz ehrlich. Alle sind tot, alle sind verletzt und ich finde niemanden vernünftigen. Was gibt's hier? Directly Seven, Devil's Dead. Ach natürlich, irgendwas mit Teufel und Tod. Gut, was, was sonst? So, da ist die DJ-Tante. Hey, du bist Eric, nicht wahr? Ich hab gerade wenig Zeit. Du siehst ja, dass ich beschäftigt bin. Kannst du mir etwas über das Museum erzählen? Gerade nicht, sorry. Ich hab zu tun. Okay, die mag uns nicht. Das heißt, wir müssen also weiter. So, ja, das ist eine von diesen Schwestern da. Gut, dann würde ich sagen, reden wir erstmal mit der anderen Schwester und dann reden wir nochmal mit Tom. Und dann müssen wir zu diesem Gefängnis, äh, Gefängnis, wie kommen wir hier, Gefängnismuseum. Hey, du bist Eric, oder? Tom hat mir von dir erzählt. Ich bin April, April Kruger. Wenn ich was für dich tun kann, sag einfach Bescheid, okay? Erzähl mir etwas über Vampire. Ich würde dir gern weiterhelfen, Eric. Aber ich bin ehrlich gesagt selbst noch nicht allzu lange dabei. Was würdest du denn gern wissen? Was weißt du über Vampirfähigkeiten? Nicht viel, ehrlich gesagt. Meine Schwester hat mich zum Vampir gemacht. Deshalb kann ich mich wie sie auch sehr schnell bewegen. Was ziemlich cool ist, wenn man Drinks mixt. Aber mit Rose und Tom können wir nicht mithalten. Ich hab gehört, dass es da draußen echt mächtige Vampire gibt. Die Autos und Lastwagen durch die Gegend werfen oder von Hochhäusern springen können. Aber ich bin bisher niemandem begegnet, der so etwas kann. Puh, Gott sei Dank. Erzähl mir was über die anderen Vampire im Sanctuary. Tom kennst du ja bereits. Er ist hier der Sicherheitschef und passt auf, dass alles ruhig bleibt. Die Menschen sind ja generell nie ein Problem. Aber ab und zu lassen sich hier andere Vampire blicken. Bisher war aber alles unter Kontrolle. Rose gehört der Laden. Sie ist ein echtes Computer-Genie und kann mit allem umgehen, was mit Technik zu tun hat. June ist meine Schwester. Sie arbeitet hier als DJing. Wenn du etwas über sie wissen willst, dann redest du am besten selbst mit ihr. Reden wir über etwas anderes. Wie du willst, Eric. Erzähl mir etwas über das Museum. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich im Museum war. Soweit ich weiß, gibt es da derzeit eine Mittelalter-Ausstellung. Außerdem glaube ich, dass der Museumsdirektor auch einer von uns ist. Aber da müsstest du eher mit Tom oder Rose reden. Gib mir einen Drink. Alles klar, Eric. Dein Drink kommt sofort. So, nach einer guten, leckeren Lunde Blimey geht es uns gleich wieder besser. Ich frage mich, was das gerade war, was da links oben war. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Sah aus wie eine Pause-Taste. Aber egal. Naja, Leute. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal einen kleinen Cup machen. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei... Let's Play Dark. Bis dann, euer Damsmafix. Haut rein. Ciao.